Der Whisky, den wir heute verkosten, der passt eigentlich ganz hervorragend zu diesem wunderschönen sommerlichen Wetter, das hier herrscht. Es ist wolkenlos nahezu, es ist sehr heiß und durch die Luftfeuchtigkeit kommt hier auch so etwas wie karibisches Flair auf und Karibik ist auch das Stichwort für den Whisky. Es ist der Jura Rum Cask Finish aus der Cask Edition, der ist mit 40% abgefüllt. Der Rum, der in den Fässern war, der stammt aus der Karibik, mehr wissen wir darüber nicht. Auch der Brand Ambassador Bastian Drews, der vor einigen Tagen hier war und uns diesen Whisky vorgestellt hat, kann nichts genaueres darüber sagen, ist aber in dem Fall auch relativ egal. Der Whisky ist mit 40% abgefüllt. Er ist, wenn wir uns den im Glas anschauen, ja er ist gefärbt und ehrlicherweise steht das auch auf der Flasche droben. Mit dem Preis und der Konstellation von Färbung und so weiter ist er im Einstiegssegment positioniert. Das heißt, er ist kein Whisky für absolute Whisky Freaks, sondern eher gedacht für eine junge Zielgruppe, die eher vom Cocktail her kommt oder von Long Drinks oder von Spirited Drinks und die möchte er irgendwie von Whisky überzeugen. Das kann er auch, weil er wie sehr viele dieser Whiskys in diesem Einsteigersegment extrem auf die Nase designt sind. Das heißt, er hat eine unglaublich dichte Nase mit Karamellnoten, auch das Rumfass kommt hier schön raus, bringt so ein bisschen die Karibik, die Frucht, das Würzige und Süße heraus. Im Trinken dann ist er nicht so präsent, wie es die Nase vermuten lässt. Das ist auch so ein Charakteristikum dieser Whiskys, die für Ein- und Umsteiger gedacht sind. Da ist er eher dann sanft und mild, aber auch hier dichte Karamellnote, das Rumfass erkennbar. Er ist halt nicht furchtbar komplex, er ist nicht besonders tiefgehend, aber angenehm zum Trinken. Ich würde mal vermuten, dass der ohnehin eher für Cocktails oder über Eis gedacht ist. Da macht er sich sehr gut. Wir haben ihn bei der Veranstaltung mit Bastian Drews auch als Cocktail probiert. Da ist er wirklich wunderschön, fügt sich gut ein. Ich nehme auch an, dass man den sehr viel in Bars finden wird. Wahrscheinlich mehr als im Privathaushalten. Aber wenn Sie einen Whisky suchen, der ganz unkompliziert sein soll, den man mal so nebenbei trinkt, mit dem man sich nicht tiefgehend beschäftigen muss. Man muss ja auch nicht immer die tiefgehenden Bücher lesen. Manchmal hat man einfach auch Lust auf ganz normale Unterhaltung. Da ist er gut geeignet. Sein Preis wie gesagt so ungefähr 30 Euro. Und ja, für Chura ein schöner Einsteiger-Whisky, der vielleicht jetzt nicht so charakteristisch für die Destillerie ist wie der 10-Jährige, aber immerhin ganz gut zu trinken. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und Slanj! Vielen Dank.